Sie justieren den Distronic Plus Sensor an der neuen B-Klasse. Ihr erster Schritt? Fremdstrom anschließen. Dann geht's an die Star Diagnosis. Dort wählen Sie das Steuergerät des Distronic Sensors aus. Über den Reiter Anpassungen gelangen Sie zu den Einlernvorgängen. Wählen Sie dort Justage des Sensors aus. Im nächsten Schritt wird Ihnen angezeigt, wie Sie an das Steuergerät herankommen. Dazu bauen Sie mithilfe eines Montagekeils den Stern aus. Es folgt die Sensorjustierung. Hier bekommen Sie Tipps und Hinweise zu den nächsten Arbeitsschritten und den benötigten Werkzeugen. Und das sind sie Eine Unterdruckpumpe Ein 3,5 mm Innensechskantschlüssel Und das eigentliche Spezialwerkzeug, erhältlich über die GOTES-Plattform. An der Stellschraube oben links verändern Sie die vertikale Neigung. An der unteren rechten Stellschraube, wenn nötig, die horizontale Neigung. Dann kommt das Werkzeug zum Einsatz. Vergessen Sie nicht, die Sicherung anzubringen. Mithilfe der Unterdruckpumpe befestigen Sie das Werkzeug auf dem Sensor. Wichtig, das Werkzeug muss an den dafür vorgesehenen Stellen korrekt anliegen. Mehr Informationen dazu finden Sie auch in der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Dann justieren Sie den Sensor mithilfe der Libelle. Ist er korrekt eingestellt, nehmen Sie das Werkzeug wieder ab. Weiter geht's an der Star Diagnosis. Die Anforderung an Sie lautet, führen Sie eine Justagefahrt durch. Dafür reinigen Sie vorsichtig den Sensor und setzen den Stern wieder auf. Damit sich der Sensor schnell justieren kann, ist eine Fahrt über die Autobahn oder die Schnellstraße zu empfehlen. War die Justierung erfolgreich, erscheint im Multifunktions-Display ein Hinweis. Die Distronic Plus ist nun wieder aktiv. Die Justierung ist damit beendet. Falls Sie die Einstellung zuvor nicht korrekt durchgeführt haben, zeigt Ihnen die Star Diagnosis, welche Schrauben Sie erneut drehen müssen. Diesen Fall für die Kategorien-Marie für den Sensor und die Schrauben-Marie für den Sensor und die Schrauben-Appleinamen. Das ist die Einstellung-Marsch. Das ist die Schrauben-Marie für die Schrauben-Marie für den Sensor. Das ist die Erdbeinheit. Wie kann ich die Schrauben-Marie für den Sensor-Arch.